Ich habe mich verändert, ja, aber Menschen, die gleich bleiben, werden niemals weiterkommen. Und diese Veränderung in meinem Leben muss sein, finde ich, damit ich ein guter Vater sein kann. Und ich hoffe, ihr begleitet mich bei dieser Reise. Okay, es wird jetzt spannend. Wird das überfluten oder nicht? Oh, Glück gehabt. Okay, ich bin hier in meinem Büro wieder. Bestellt jetzt sofort mein Eistee. MashaAllah, egal wohin man hingeht, einfach unsere Marke hier die ganze Zeit. Hallo, hallo, ich ruf dich an, du bist meine Sucht. Ich kann nicht ohne dich, weil du meine Droge bist. Warum kann ich nicht ohne dich? Du bist meine Sucht, 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 du bist meine Sucht, 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 du bist meine Sucht. Ich kann nicht ohne dich, weil du schatten das Licht, spielen Schatten das Licht. Ich verdiene es nicht, ich will aus, doch sie lassen mich nicht. Und ich schreie, hallo, bin allein unter Tränen und freu, warum schließe ich die Tür, hallo. Wir überlegen Konzept für morgen. Babu Judo macht Engelköcheln, Meister schneidet, Bruder. Ich bin hier in der Zeit, Bruder.